Musik 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 Ja, hier sind wir in der Location von Schoki Banoki New Television. Alle mal vereint, das ist doch mal eine Sache. Es ist ganz, ganz selten, es ist nicht so häufig. Ja, hier, der Christian ist da, der, wie heißt der Nummer, Mark Hagenbeck ist da. Und da hinten der zweite Glotzkopf, äh, Glotzkopf ist der... Glotzkopf. 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 Mike Glotzkopf. Pujan ist auch da. Und, ähm, ja, das ist einfach mal, was machen wir jetzt? Eine hässliche Geballe. Singen können wir nicht. Sascha, Sascha ist auch da. Tanzen können wir nicht. Ihr könnt vielleicht nicht... Ja, ich sag an dieser Stelle, Cheerio mit Sophie, so wie ich's gerne tue. Guter. Tschö. Wie sieht's immer, äh, Mann sieht sich... Boah, ist das schlecht, ey. Komm, ich spiel. Ah! 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 Alter, es tut mir sogar in Ohren weh jetzt hier. Das meinst du, das Mikrofon kollabiert gerade, oder? Ah! 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 Ich bin dein Asthma, Luke. Ich habe Asthma, Luke. Was bist du für ein Jahrgang? Du bist 72. Bist du bescheuert, oder was? 74. Du bist noch vier Jahre älter als ich. Siehst aber älter aus. Für solche Sachen müsstest du zwei Shirts machen. Der eine sitzt dann mit Schoki und der andere mit Banoki da. Gute Idee. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Ich muss rülpsen. Rülps-Folge? Mal gucken, ob er das Alphabet schafft. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Schoki-Banoki rülps in den Alltag hinein. Rülps. Es geht, es geht. Es geht. Geht weiter, lasst mich zurück. Ihr schafft es ohne mich. Okay. Ja. Soll ich? Toll. Moment. Moment. Der Stuhl ist heute ätzend irgendwie. Das hat sich total verändert, der Stuhl. Der ist mitgewachsen. Der hat mitgesoffen. Ja. Stuhlgang hat er gehabt. Stuhlgang. Okay. Ich habe die eins und die drei. Und einen Haar im Mund. Hast du ein geringeltes? Ich glaube von dir. Hier ist schon wieder Schnappatmung hier. Auf dem Asthmaspray? Gisela. Da weißt du Bescheid.